Wenn ich an die Zukunft denke, dann bin ich froh, dass ich schon ein bisschen älter bin. Ich möchte nicht im Alter meiner Nichten und Neffen sein und das alles. Es ist ja ein Wandel, es ist ja ein Umbruch und wo das hinführt, weiß man nicht. Ich hoffe, dass ich das Allerschlimmste nicht mehr erleben muss.